Nach den Liebesinterviews von Ralf Schumacher hat Cora die Nase voll. Doch während sie wieder über ihren Ex herzieht, schwärmt sie von dessen Partner. Liebesinterview hier, Liebesinterview da. Cora Schumacher, 47, reicht es nun endgültig, auf Instagram schießt sie erneut gegen ihren Exmann Ralf, 49. Doch dessen neuer Partner Etienne bleibt diesmal verschont. Sogar einige nette Worte hat Cora für den gebürtigen Franzosen über. Auf Instagram zeigte die deutlich verärgerte Cora unter anderem einen Screenshot des RTL.de-Berichts über das Liebesinterview ihres Exmannes und einen privaten WhatsApp-Verlauf mit Ralf. Darin fragte die 47-Jährige den Ex-Formel-1-Fahrer, warum ist Etienne die ganze Zeit da? Wohnt er da? Schumacher erklärte ihr daraufhin, dass der gebürtige Franzose sein Assistent ist und ihn 24-7 unterstützt, da es Ralf sonst zu viel werden würde. Etienne ist ein feiner Kerl. Ich mag ihn sehr, schreibt Cora zu den beiden Screenshots. Ich bin dankbar, dass wenigstens Etienne mir die Wahrheit gesagt hat. Die Blondine ist der Meinung, dass Etienne wohl selbst nicht wusste, dass Ralf ihn als seinen Assistenten vorgestellt hatte. Die ganze Täuschung, dieses Versteckspiel, es ist zutiefst enttäuschend und hinterlässt bei mir nur noch mehr Wunden. Und während Ralf und sein Liebster Interviews geben, muss sich die 47-Jährige auch noch mit einer Unterlassungsklage von ihrem Ex-Ehemann herumschlagen. Eine ernst gemeinte Aussprache sieht in meinen Augen anders aus, so Cora in ihrer Instagram-Story, in der sie auch das Anwaltsschreiben teilte. Und während Ralf und sein Liebster Interviews geben, muss sich die 48-Jährige auch noch mit einer Unterlassungsklage von ihrem Ex-Ehemann herumschlagen.